Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Partisan Bonafide. Partisan gehörte im Jahr 2006 zu den ersten Mitgliedern bei Rough Fiction. Nach diversen Veröffentlichungen verließ er das Label im Oktober 2012. Bonafide kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie in gutem Glauben bzw. gutgläubig. Bonafide kommt mit 6 Tracks und beinhaltet keine Features. Die EP kommt über Records.dk und erscheint digital. Kianusch und PA Sports. Crossover. Das letzte Album der beiden Desperados 2 erschien im Januar 2018. Dass Kianusch und PA gut als Team harmonieren, haben sie vielfach unter Beweis gestellt. Jetzt kommt das nächste Collabo-Album der beiden. Crossover kommt mit 13 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über Life is Pain und erscheint als Box. KF Struggle is Real. Das letzte Album von KF Modus erschien im Mai 2018. Knapp zwei Jahre später kommt nun das nächste Album des Düsseldorfers. Struggle is Real kommt mit 11 Tracks und beinhaltet Features von Lil Rain und Nixon. Das Album kommt über KF und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.